herzlich willkommen zurück zu viel mit seinem kam ich jetzt meine wenigkeit bin ich dafür bereit ja eigentlich nicht auch wenn es muss ich habe mich unterwegs durch herzbergs daten gefühlt und einen bericht über einmal gefunden wie du hören solltest mit 8 wurde einmal wade in die kammer gebracht ihr eigener vater steckte sie in einen suspensions tank und versetzte sie ins kuchen er dachte dass sie nicht mehr daraus erwachen würde nun mit 14 erwachte sie nachdem sie den ersten prototyp zur welt gebracht hat der zweite prototyp kam ein jahr später zur welt auch bei ihm erwachte sie sie mochte es nicht dass man ihr die babys weg jahre später entschied man dass sie zu gefährlich sei nachdem man erkannt hatte dass sie die handlungen des zweiten prototyps beeinflusste obwohl sie bewusstlos tief unter der erde in einem telesthetischen unterdrückungsfeld eingesperrt waren man schaltete die lebensunterstützungssystem ab und versiegelte die anderen man wollte sie in dem lausigen tank in dem sie seit ihrer kindertrieb im fruchtwasser ertrinken lassen ihr herz quittierte den dienst aber ihre psychische signatur nicht nur wenige können sich einfach weigern zu sterben Paul and Wade hat recht wir schaffen uns unsere eigenen monster die uns dann heimsuchen fb die die Oh, meine Stimme ist komplett im Arsch. Okay, noch mal rollen. Oh, meine Stimme ist komplett im Arsch. Oh, meine Stimme ist komplett im Arsch. Mensch. Ich brauche Munition. Du blöde Funzer. Gib mir mal die Zut, Mann. Du blöde Funzer. 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 An die Annäherung. Nicht Annäherung, Annäherung. Die Stimme ist im Arsch. Okay. Ein kleines... Meine kleine Zuckerschnute. Du kannst ja richtig zaubern. Bringt sie in die Kammer. Es ist böses im Busch. Okay. 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 Ach, niedlich. Schön hat es das hier. Ich weiß. Ich weiß nicht, was ich will. Ja, eine Jelly-Brot-Maschine. Krasser Typ. Sind das bei den komischen Replikas... Oh, fuck, mein Stimme ist total im Arsch. Sind das bei den Replikas auch neun Monate? Oder was sind das da? Hey, ich wollte grad ne These ausstellen. Ich bin drin. Hier war vor kurzem jemand, aber im Moment sehe ich niemanden. Stokes, wir haben hier Bewegung. Viel Bewegung. Halten Sie aus, so lange ihr könnt. Aber kein Risiko eingehen. Wenn es zu heiß wird, verschwindet ihr da gefälligt. Ich lass Sie nicht allein, LT. Sie befolgen den Befehl. Quatsch. Stellen Sie mich vor das Kriegsgericht, falls wir überleben. Niedlich. Ich wollte doch nur die Spülung betätigen. Ratten? Hm, Ratten. Ach, wie in so einem Daumenausgang. Angreifer! Dein Genste. Du dieительно! Der. Dein Geof. Trablo, spac古, Locker, 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 Locker. Geof. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du kannst gern was machen, Kumpel. Du kannst gern was machen. Du kannst gern was machen, Kumpel. Oh, die nächste Musik, die wird der Waffen-Waffen-Sack geht. Du kannst gern was machen, Kumpel. Du kannst gern was machen, Kumpel. Du kannst gern was machen, Kumpel. 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 Hier ziehe ich überall die ganzen Waffen rum. Oh geiler Scheiß. Oh meine Güte, meine Güte, hier ist was los. Oh, come hier? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, interessant. Okay, interessant. Okay. Okay. okay was was die frauen nächsten es wird da drüben will von uns sehen wir den nächsten part von 42 project halt die fresse project auch schon mit der wenigkeit die ist bescheid und macht was anständiges macht was